was war da denn noch mal können wir ja schon mal kurz reingehen da sieht aber noch mal kurz standbild des labs waterfall das war doch auch irgendwas ja tut mir jetzt auch ein bisschen leid dass ich andauernd hin und her wechseln muss so genau da darf ich nur mit den regenbogentürmen arbeiten mit regenbogentürmen und sammlern ja gut dann versuchen wir den level auch mal ja ach das der level ach der level ist das mit diesen naja gut ich versuche es einfach mal die regenbogen dinge sind wir jetzt nicht so teuer ja mal schauen wie wir es hinkriegen so dann würde ich sagen warum war hier noch mal kurz einen auf kosten ja eigentlich 38 in der aufwertung ja natürlich die die sammler so schnell wie möglich wieder nach oben kriegen was schnellstmöglich die türme aufbauen kann man hat ja auch nur die 3 85 kosten jene aufwertung ja und die helfen ja auch gegen diese schlangenviecher also ja eigentlich auch schon mal das gute das denke ich aber dass das aufwerten doch schon ziemlich wichtig aber ich muss halt auch daran denken dass die teilweise jetzt von der anderen seite kommen so demnächst ja jetzt kommen die schlangenviecher auch schon das war sie bloß nicht ob das reicht er war ganz knapp du ja jetzt glaube ich müsste ich als nächstes müsste ich dann andere seite abdecken ja jetzt kommen sie nämlich auch schon von der anderen seite ja ja das ist jetzt man darf jetzt halt auch keinen maulwurf einsetzen damit man ein bisschen schneller an die zauberdinger kommt das ist jetzt auch so schon so ein bisschen dumm na komm ja das gute ist die erinnerung macht ja auch noch so ein bisschen schaden ah ja toll jetzt kommen die kreischer ja stimmt das war ja der erste level wo die kreischer kam ja ja na komm schon so und ihn auch schon mal auf drei na na könnte man jetzt so schön mit dem mole könnte man schnellstmöglich hier irgendwie an dingens ran an sauber energie denn rankommen ja das ist ja tatsächlich doch noch durchgekommen der auch ja also für die reicht es schon nicht mehr ja und jetzt kommen sie glaube ich von beiden seiten ne jo naja mal schauen ne wie das denn so läuft deswegen sollten wir auch ein bisschen was aufheben für eventuelle tourmeilung weil da steht ja nix davon drin dass man die türme nicht heilen darf wieder ganz knapp ja so jetzt kommen sie wahrscheinlich auch von da ja so da habe ich jetzt alle auf drei hier habe ich auch alle auf drei ja wollen wir mal schauen ne ei 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 ja 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 ganz knapp so dann brauchen wir hier noch den vierten hin ist auch drei denn ist auch drei die auf zwei da ja kommt übertreibt es mal da kommen hauptsächlich da kommen hauptsächlich kreischer und von hier kommen hauptsächlich diese schlangen vier ja 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 da noch mal hin dann kann der noch ein bisschen nach beiden seiten mit eingreifen über die hilfe aber wir sind schon mal ein 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 na Ja. Doch, das klappt besser, als ich gedacht habe. Sorry, das war jetzt wahrscheinlich ein bisschen laut. Ja, das könnte jetzt die vorletzte Welle sein, denke ich mal. Ja, ich will mir jetzt auch das am besten noch ein bisschen aufheben, dass der Kern ein bisschen weniger Schaden nimmt. Für die Viecher. Für den Boss gehe ich nach. Aber wir haben doch ziemlich gut durchgehalten, muss ich schon sagen. Muss ich ja schon mal sagen. Aber wir haben doch schon ziemlich gut durchgehalten. So. Muss aber den hier so stehen. Naja. Könnte man da vielleicht noch einen aufbauen. So, geht der Boss lang? Da. Tja. Und wir haben sogar besiegt. Hau nicht schlecht. Ja, dann haben wir den Slabs Waterfall jetzt auch. Also, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, oder habe einen falschen Companion gesetzt. Ne, da haben wir es. Rainbow Warrior. Ja, dann haben wir das ja auch. Ja, wo haben wir es denn? Rainbow Warrior. Fertig. Ja, das ist immer so eine kleine Erinnerung erstmal für mich. Ja. So, jetzt muss ich mal noch kurz mal gucken. Kann man das hier irgendwo sehen? Das sind 34 Minuten. Achso. Ja. Was haben wir jetzt geschafft? Gerade mal zwei Erinnerungen, ey. Das ist nicht schön. Was könnten wir denn noch machen? Ja, ich würde jetzt gerne mal hier ein Level suchen, wo ich 20 Zauber anwenden kann. Aber, wie gesagt, da brauche ich ziemlich viel Magiekraft. Asset Christmas. Jetzt bin ich hier mal überlegen. Ne, da gab es auch nicht so viel. Genau, das hier ist unter dem Weihnachtsbaum. Under the Tree. Snow Colossus. Das ist ja das andere, was man machen soll. Snowman's Walls. Sollte man ja auch noch was machen. Lights on the Town. Mann, wo gab es denn jetzt so viel? Vertigo? Nein. So, das ist Spezialwette. Skyrocks. Ja. Skyrocks. Ne, dann versuchen wir das mal mit den 20, ähm, Zaubersprüchen. Die man innerhalb eines Kampfes einsetzen soll. Weil dann brauche ich auch nicht großartig drauf achten, was ich hier jetzt baue. Ähm. Brauche ich auch nicht großartig drauf achten, was ich jetzt baue. Und, ähm, kann mich halt nur drauf konzentrieren, diese 20 Zaubersprüche anzuwenden. Und kann dann halt auch den, 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 ah, komm, den, äh, andere Türme anbauen, äh, reinbauen hier. Und kann natürlich auch den hier anwenden. So. So. Ich muss mal kurz das Fenster wieder so ein bisschen verschieben. Ich hab's nämlich jetzt auf Fenstermodus laufen, damit ich auch schnellstmöglich, ähm, mal auf die, die ganz umwechseln kann. So. Na, komm schon. So, das wären schon zwei. Aufrüsten. Na. Aufrüsten. Weiterschicken. So, Licht aufbauen. Oh. Na, 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 na. So. So. Äh, vier Zauber müssten wir jetzt schon sein. So. Die Beine aufrüsten. Ja, was ich natürlich auch nicht vergessen darf. Kann ich ja jetzt anwenden ruhig hier. Budel, 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 budel. Fünf. Ja, so. Ja, so. Sorry, auch wenn ich jetzt ein bisschen leise bin. Aber... Alter, ist er noch... Ist er trotzdem durchgekommen, ey. So. Okay. Dann baue ich halt noch einen, der den... Ding jetzt so ein bisschen heilt. Ja, wir bauen halt unser Standard-Ding hier wieder auf. Womit wir eigentlich bisher auch schon großartig Glück hatten. Und ich habe mir vorgenommen, das war halt auch, dass ich halt, äh, doch noch einen zweiten Mol aufbaue. Und ich ein bisschen schneller an die Zauber-Inga komme. So. Jetzt... Den müssen wir erstmal aufrüsten. Weiterbudeln lassen. So. Jetzt kommen hier aber doch ein bisschen zu viele durch hier. Ist da unten versuchten. Gar nicht richtig eingesammelt hier da. So. Auch schon wieder buddeln lassen. Auch wieder aufwerten. Buddeln lassen. So. 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 Äh, Doc. Ja, das ist jetzt schon ein bisschen komplizierter hier mit, ähm, zwei Dogs gleichzeitig dann noch. Wenn man jetzt zwei Dogs gleich, ähm, zwei Maulwürfe gleichzeitig, äh, laufen hat. So. So. Dock. Aufbauen. Kann ich nicht vergessen. Und immer schön die Schattenpiece auch wirklich einsammeln. so, jetzt hier noch einen zweiten Dock aufbauen. So. 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 Kann man auch noch einen zweiten Dock aufbauen. Ja, ich bin jetzt gerade auch so ein bisschen eintönig jetzt schon wieder hier. Ich weiß. Aber ich versuche das jetzt eben so schnell wie möglich hinzukriegen. So. So. Boah, doch mit den zwei Mauls, da geht das eigentlich. So. Kommt mal ziemlich schnell hier an seine Zauberkräfte. Also, das wundert mich so ziemlich. Hätte ich ruhig öfters mal machen können, dann hätte ich mir viel erleichtert. Na komm. Na, das reicht noch nicht ganz. So. Was haben wir denn? Na, haben wir das? Hier würde ich aber noch einen Greening verkennen. Ja, komm schon, Brüder. So. Ja, komm schon. Eigentlich müsste man es ja bald mal haben. Ich habe jetzt leider auch nicht mal wirklich mitgezählt. Ich habe jetzt leider auch nicht mal wirklich mitgezählt hier. Ja. Aber wir müssen uns auch jetzt so ein bisschen ranhalten. Deswegen benutze ich jetzt auch so ein bisschen mehr den, ähm, den Lichtschadensauber. So, vielleicht kriegen wir das sogar noch hin hier mit den 2000 Lichtressourcen. So, das auch noch mal ein bisschen aufstocken hier. So. Ja, das mache ich mir leider doch nicht mehr. So. 30 Companions verkaufen, ja, darum muss ich auch mal gucken, ehrlich, ich das mache am besten. Ja, würde ich sagen, machen wir es doch mal. 1. Na, komm. 2. 3. 4. 5. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 9. 10. 10. Na, komm schon. 10 12 13 14 15 15 Ach ja. 16 Nun kommen 17 18 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 23 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 dank über daumen kommentare würde ich mich auf jeden fall freuen bis zum nächsten bis zum nächsten special part also macht's gut